Musik Schmetterlingshaus Jonsdorf, den Tropen ganz nah. Lassen Sie sich entführen in die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt ferner Länder. Das Schmetterlingshaus in Jonsdorf lädt zum Staunen und Entdecken ein. Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Zittauer Gebirges etwa 15 Fahrminuten von Zittau entfernt, befindet sich eines der schönsten Ausflugsziele Sachsens. 2004 wurde das Schmetterlingshaus eröffnet. Die große Flughalle ist inzwischen zum Markenzeichen für die einzigartige tropische Erlebniswelt geworden. Mehr als 200 Schmetterlinge in 35 Arten sind hier zu Hause. Aber auch Reptilien, Schlangen und Insekten fühlen sich hier wohl. Das drei Meter lange Seewasser-Aquarium ist ein Hingucker für groß und klein. Die unterschiedlichsten Fischarten tummeln sich in dem Gewässer. Das ist ein Hingucker auf dem Gewässer. Beenden Sie Ihre Entdeckungsreise mit einem Besuch unserer hauseigenen Cafeteria. Wir bieten Ihnen Kaffeespezialitäten, verschiedene Eissorten und eine Auswahl an frischem Kuchen sowie einen stärkenden Imbiss. Genießen Sie dabei den tollen Ausblick auf den Garten des Schmetterlingshauses. Auch Kindergeburtstage richten wir für Sie aus. Wie wäre es mit einem Smarty-Kuchen oder mit unserem Eiszwerg Anton? Dazu gibt es eine ganz private Führung durch die Schmetterlingshalle mit einem Besuch in der Puppenstube der Schmetterlinge. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern können die Tiere auch mal angefasst und gefüttert werden. Und wenn Sie nach Hause fahren, können Sie nicht nur ein unvergessliches Erlebnis, sondern auch ein Stück Schmetterlingshaus zum Anfassen mitnehmen. In unserem Souvenirshop finden Sie T-Shirts mit Tiermotiven, Schmetterlingstassen und einiges mehr. Und wer einmal da war, der kommt gern wieder. Besuchen Sie uns im Schmetterlingshaus in Jonsdorf, den Tropen ganz nah. kommen Sie uns im Schmetterlingshaber.